Hier kommen ein paar Fiakka-Pferde vom Traugoth, das ist ein Fiakka-Unternehmer in Wien, auf Urlaub in die Steiermark. Dort hat er auch seine anderen Pferde, die schon ausgedient haben in der Fiakka-Rei, stationiert. Sie können hier ein friedliches Leben führen und eben von Zeit zu Zeit kommen seine Pferde, die jetzt noch in Betrieb sind, auch dorthin. Es ist wunderschön dort, die Pferde fühlen sich wohl und es kommt kein einziges zum Metzger, so wie man behauptet wird. Nein, dann geht es wirklich gut. Man braucht nur zusehen. Nein, das ist die Wahrheit über die Fiakka. Sie lieben ihre Pferde und sehen sie nicht nur als Ware oder eben zum Geldbringen, als Nutztier. Sie haben eine innige Beziehung zu ihren Pferden. Das ist die Wahrheit. Ich weiß es aber nicht. Die Flora, äh, die Rosa, oder? Nein. Ja, meine drum. Ja, meine drum. Ja. mehr natur für pferde gibt es glaube ich nicht seht es euch an ein traum ich hoffe das verändert euer bild über die jagger ins positive so